was gab es denn noch für ich glaube mal ganz da 6 war ich gerade oder nein 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 doch hoffentlich ist das nicht schon wieder eine sackkasse eine höhle keine sackkasse richtig jim das ist die erfahrung für erfolgreiches fahrt finden 0 xp für aktuellen vergiftungskraft minus 0 macht oder eben strich 60 nicht wie ein draußen ist es auch nicht hinein toll jetzt komme ich ja nie drüber nach draußen ist eigentlich ziemlich die hülle betreten jetzt für das wasser auf zu fließen jetzt habe ich einen stau geschaffen und ist ob ich nicht fressen denn wenn schön wenn ein schönes einen schönes wenn die tür die zu kommen muss ein stein gewachsen sein wer weiß wer weiß in dieser welt wachsen komische dinge okay die fehler aus tut wohl nichts was soll ich denn mit den steinen hier machen nur zur seite schieben so aber das doch jetzt und schalter und die welt explodiert ein erdbebenschalter auf einer schatzinsel war doch nicht ein erdbebenschalter ich dachte es hat tatsächlich nur ein erdbebenschalter eine tür das heißt das ding hat echt gar nichts gefahr cool wir finden seinen kleinen eisenschlüssel ja dass ich erst auf null gebracht wohl vielleicht war es noch zugeschüttet oder so ich bin ja ich bin jetzt erst nach rechts gelaufen weiter geht's was ist das denn für dinger hier das flüchte ja dann nimm sie doch mit gibt es hier noch andere tiere von denen ich wissen sollte irgendwas schlechte was ist das dein vater hey du bleib stehen locken mit früchten an was willst du weißt du käse bist du mein aha alarm ist ben gun ich bin ein seemann weißt du ein seemann aha bei der insel r du glaubst denn nicht da hat wenn ein schönes boot ja ja damit fängt bändliche fische ein boot wo ist das sechland denn 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 das bin ich ja ja denn wusste das kreiber für das boot ist wenn denn bot ja 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 wenn hat ein boot ich verrate dir wo es liegt auf der inselkarte ist nun der standort des bootes vermerkt was machst du hier schlimme frage schlimm schlimm das luftböse erinnert an den bänden sei arm kopf hervor ben ist ein schäferlöschiger ben ist nun schon seit wie lange ist ben schon auf dieser insel ach das ist lange sehr lange vielen dank ben ist schon sehr lange hier was hast du die ganze zeit hier gemacht ben ist den affenläuss im weg gegangen den affen ben erklärt es dir ben gun ist hungrig und möchte an die bananen leider werden die von affen bewacht versuche 15 bananen einzusammeln und weiche dabei den affen aus du kannst springen enter und nach links und rechts laufen ohne enter achte auf den affen auf der palme er wirft mit steinharten kokosnüssen nach dir bleib am besten in bewegung sobald du enter drückst geht es los denk dran 15 bananen sammeln ich glaub es nicht ich glaube es ist nach links ría nach links ernst ach schreibt nach links nach links naja man kann es sich nicht ein is that um he tend to spend this grab me which is grab me a really hard yeah you are while that was close I almost died there I'll I don't like this game I don't like you but I like to do this ow that almost did not hurt her her double jump Dutch double jump strong super hyper do 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 I sterbe nur vor dem Ding und das trifft mich 222 50 Mal double beiden Ausgewicht mit nur einem Einzelnen double Police Spielsack Sackzartor Win geschafft du hast die Banane eingesammelt ein Absturz sieben Zusammenschüsse fünf Kreifer durch hochgeschossen du kriegst minus erfahrung wird nur erfahrung du versagt das feld ist gespeichert ist defiguriert defiguriert käse käse seit Jahren in der band kein käse mehr mancher kreut benn von zart schweizenden briechspitzen jetzt habe ich oder von einem duftenden limbo harzer edama gauda gambert blau schimmel frischkäse ich will sehen was sich machen lässt wer ben käse gibt in hat wenn gehören scheint ein ziemlich armer kerl zu sein wenn ist kein armer kerl aber ben möchte furchtbar gerne von der insel hin und ich bin nicht sicher aber das klang fast wie schütze jetzt bin ich sicher das wäre der knall einer kanone was ist dort nur los der krach war zu viel für den ärmsten aber nicht für mich was ist da nur geschehen warte nimm die flüchte mit einfach flüchte sehr gut was sie mit genommen ich bin stolz auf dich ein so plauder für blockhaus jordi blockhaus bei neptun sehr weit sagt der junge ist wieder da sie zu dass du ins haus kommst hier draußen kann es immer noch hoch her ich muss die augen offen halten wir sind gerade den verdammten beraten entkommen mit knapper not das kann ich dir sagen und dann habt ihr schnell dieses haus gebaut nein das stelle natürlich schon vorher eine einfache schüssel aus holz was ich eben noch machen muss ist ein fass die das weg marke der 90 grad kurve anzeigt also rechtzeitig die geschwindigkeit herunternehmen das steht dasselbe hier unten sind auch nur noch zwei fächer genau mit dem wollte ich reden das war wichtig hoffentlich schleicht sich niemand im toten winkel der umzäunung an aber da passt mein kumpel schon auf ich glaube nicht ich glaube wirklich nicht an dich oh holz hier scheint jemand den wald abgeholzt zu haben um dieses blockhaus doch die haben uns ernsthaft alle geholfen you screwing me ja ok das macht eigentlich schon sinn ein normal mäßig ansehnlicher klug ein nur mäßig ansehnliches blockhaus äh hallo und jim gott sei dank du lebst wir hatten schon das schlimmste befürchtet hm achso ich dachte wir reden jetzt mal eine muskete weißt du was das ist weißt du was das ist eine muskete ein glück dass du wieder bei uns bist wir hätten dich sonst sehr vermisst wir hätten dich mit silber und silber und seinem spießgesin ziehen lassen sollen nicht war da wahrscheinlich oder ich hätte das nicht überlesen denn wenn dir etwas zugestoßen wäre hätte ich mir das nie verziehen aber jetzt sag von jim wie ist es dir gegangen du siehst furchtbar aus die insel ist wenig einladend ich habe jemanden gefunden was sagst du jemanden ist ein schiffflüchtiger und ich glaube er ist nicht ganz richtig im kopf aber er scheint ohnehin nur kies im kopf zu haben ha die einsamkeit kann schon einen großen nager am geist äh kann schon ein großer nager am geist eines mannes sein die insel ist wenig einladend da hast du recht der ganze truppenfleck ist ein einziges giftenest aber das hat auch sein gutes wir verfügen über eine festgefügte bleibe und eine saubere wasserquelle die piraten in dessen nicht und wer weiß am ende werden sie von krankheit und sicher zur aufgabe getrieben hm du siehst mir auch recht angegriffen aus warte mach den mund auf pfui teufel was derart schrecklich schmeckt kann nur gesund sein warte es ab freund jim die insel das war's das wär's du bist ein tapferer junger mann freund jim huggins bei gott bin ich frohlich gesund und munter wieder zu sehen was ist noch passiert was passiert ist unser ganzer plan wurde mit den haufen geworfen scheinbar hat silva seine gesellen nicht mehr unter kontrolle sie sich das gold auf der insel wittern keine stunde nachdem du weg warst brach der teufel an bord aus ich war keine stunde weg ihr töpfe die ganze piratenmäute wollte uns als leben und uns blieb keine andere Wahl als das schiff aufzugeben und an land zu fliehen hier fanden wir dann diese alte blockhütte und haben uns verschanzt keine stunde zu früh kaum waren wir darin griffen die piraten an der kampf ist mehr mal über die halbe insel zu hören kein wunder als wir uns vom schiff absetzen feuerten die schurken mit einer kanone auf uns was ist nun passiert ja wo sind die anderen seeleute das ist wohl das traurigste kapitel der ganzen geschichte einschließlich deiner person zählen wir sieben mann der gesamte rest ist zu den piraten übergelaufen treulose bande ja ist ja auch das einzig sinnvolle was meinst du wie gut du bezahlt wirst wenn du bei denen bleibst was meinst du wie viel geld du kriegst wenn du zu den piraten gehst wahrscheinlich auch gar nicht weil du von den piraten geschützt wirst aber wo sind die anderen seeleute danke für die auskunft spaß nein das war unhöflich ich muss mich bei ihm entschuldigen wenn ich wieder zu hause bin setze ich mich mit meinem schatzanteil zur ruhe dann gründe ich eine familie und werde reich zufrieden und langweilig du kriegst nichts vom schatz was glaubst du warum du bei uns geblieben bist wenn du was vom schatz willst musst du zu den piraten gehen ha was auf welcher zu teilen wer bin ich willkommen an bord jetzt sind alle treuen seelen wieder versammelt was ist denn mit der hispaniella mein stolzer schoner ist in piraten hand das frisst an meiner piraten ehre äh kapitäns ehre haha das war nicht ja aber das weiß ich sicher die verantwortlichen wären dafür am geilen daumen und selber zu oberst kommen wir hier wieder weg tschä wir brauchen das wir brauchen das schiff sonst sitzen wir hier fest aber mir will kein weg einfallen wie wir an der bord der hispaniella kommen könnten ich melde mich äh ich melde mich mal ab bleib in der nähe kleiner was hat denn für ein gesicht holy shit diese augen sie werden es nicht glauben wer draußen steht selber persönlich bittet um eine verhandlung dieser hund wagt es uns wieder unter die augen zu treten ich werde ihm etwas blei zu schmecken geben hören wir uns doch erstmal an was er vorzutragen hat der kerl hat mir mein schiff genommen damit ist das zu allererst meine angelegenheit ich leider mit ihm na hoffentlich lässt er ihn dabei in einem stück bei subjekten wie silva muss man das mit den parlaments muss man mit den parlaments erst ja mit den parlamente der 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 der